Ich kann nicht, ob ich jetzt aussteigen wollte. Wenigstens muss ich dir nicht angucken. Wir haben schon echt viel Geld für ne Pokerrunde. Alter! Schon traurig, ne? Acht! Okay. Mir bleibt ja nichts übrig. Ich kann nicht mehr rausgehen. Mir klappt das aber auf den Tisch. Ich bin auf den Desktop geflogen. Gut, dass wir in der Pokerrunde sind. Ja, jetzt muss ich meinen Rechner ganz kurz einkriegen. Hm. Mit dem spielen wir irgendwie gar nicht, ne? Ich will schon wieder auf den Desktop. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay. Okay. Ich hab nicht. Ich habe das gedacht. Alles ein. Sei dich nicht. Alles ein. Ich hab ihn. Man hat auch keine Chips vor sich liegen Na, hat er gewonnen Ich brauch schon wieder eigentlich nicht mitmachen Ich brauch schon wieder eigentlich nicht mitmachen mit den Karten Aber ich muss, ich hab schon gesetzt Na, ich kann nur checken Ich will raus Okay, solange ich nicht setzen muss, okay Ich würde immer nur zu gern wissen, was die da gewinnen Alter Ich geh mit Doch, ich werd mitgehen Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Affe Spielen wir Strip Poker? Alter Sag nicht, Alter Ich kann nix dafür Na, 25.000, ich hatte 60 Ich glaub schon Ich kann 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 nicht mehr setzen. Ja, würde ich sagen. Ne, die ist experimentierfreudig. Der ist komisch, der hat den Ritterkopf auf. Woa, woa, woa. Ich stehe zu diesem Geruch. Ja, ich freu es! All in. Der ist sich sehr sicher. Check ich mich. Ich hab doch einen Ass. Ich hab doch einen Doppelass. Aber wenn ich das bekomme. Ich hab 17.000 wieder. Zumindest kann ich wieder mitpokern. Meine gute Karte. Du kannst all in gehen. Hab ich genau gemacht. Hat funktioniert. Mal was anderes? Ja, du raced. 15.000. Ich bin raus. Oh nein, ich hab gewonnen. Da ist ein Ass. Scheiße, ich hätte wieder einen Doppelass gehabt. Fuck. So, aber sieht man das? All in. Michael. Komm, da geh ich mit. All in. 100% Gewinnchance. Ich hab alles gewonnen. Man hat mir gar die Schuhe ausgezogen und nicht dir. Ja, das ist doch Geld, mit dem ich leben kann. Ich frag mich, wie man hier rauskommt. Okay. Okay. Na ja, noch einmal Zeit. Das ist halt eine Poker-Folge. Michael. Ich denke, ich geh auch mit. All in. Ich muss, ich kann callen. Das erste Ass. Das zweite Ass. Das heißt, ich hab drei Asse. Ja. Alter. Achso, ich hab genug gewonnen. Du hast gewonnen. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. 80.000, komm. Ich bin für Aufhören. Und so Aufhören wird es am besten läuft. Ich hab gerade 100 gewonnen. Du hast jetzt 80. Lass uns Aufhören. Kannst du nicht aufhören? Das renn ich mir jetzt wieder nachher angucken. I race. I check. I check. I check. Dankeschön. 183.000. Ich bin für... Ich will aufhören. Den Hut. Was hat er da sitzen? Ist mir egal, Björn. Björn. Ja. Dann machen wir halt einfach Quitt. Willst du die jetzt ehrlich abschließen? Björn. Du kommst fucking Quitt. Okay. 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 Ich find, wir haben genug gewonnen. Ich auch. Oder es zählt vielleicht auch gar nicht. Wie kacke wäre das denn? Vielleicht ist das nur Pokergeld. Oder vielleicht haben wir jetzt Chips und können die irgendwo einlösen. Nein, das musst du mitmachen. Das gehört dazu. Nein, ich verspeich... Ach ja, ich hab ja gar kein Geld gefunden. Ich will trotzdem speichern. Komplett ausziehen. Alter. Ey, ich hab keine Schuhe mehr an. Du hast auch keinen Hut mehr auf. Björn, geh ich mir jetzt auch noch welche holen. Wir haben noch eine Stunde. Okay. Ich habe tractor. Okay. Franz. Jetzt sagen wir uns auf телеф VS Idea. Dieserertsatz.